We are in Gold, right? Bitte sagt mir, ich bin in Gold, Elo. Bitte sagt mir, ich bin in Gold. Eyo! GP gebannt! Eyo, Digga! Was für Top-Lane-Blind-Pick, man! Äh, was geh ich denn? Geh ich einfach Rengar-Schmengar? Kennen den Schmennen? Ich hab in letzter Zeit nur GP gespielt, ne? Ich hab hier geklett. Mein Team will halt nur Ham gehen. Fuck, man! Ähm, ich bin grad null drauf vorbereitet. Wer bannt denn GP? Who the fuck is banning? What the fuck? Wait! Is it Swain Top? Is Swain Top, no? Natürlich, scheiße Teleport. Wir sind ein Mann, Leute. Wir gehen einfach Exhaust Ignite. Wie ein Mann. Eyo! Okay, ne... Wait! Wait, 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 wait! Who's Top-Lane? Who the fuck is Top-Lane? Jetzt trollt mich nicht. Du willst nicht Swain Mitte gehen gegen Silas. Es gilt Level 1 E. Ohne zu wissen, ob wir es brauchen. Ey, jetzt sagt mir nicht, ich bereue ich's. Ich hätte Durant-Schild einfach starten sollen. Okay, es hat kein Klapp, dass er E-Level-Ine-Skill. Oh, meine Nippel! Er hat einfach ein Minimum verloren, Gaming. Also, ich hätte nicht auch selbst gedivet, ne? Aber, like, better saved than sorry. Werbung genau dann, als ich Live-Stand fand. Ah, schade. Aber es war jetzt nichts zu Großartiges. Ich bin hingegangen, hab ihn halt in den Arsch gefickt und das war's. Aber es war mit Liebe. Ein Arschfick mit Liebe. Ohnein, der Zett ist jetzt schon 2-0. Das Ding ist halt, mein Team ist mega scheiße, ne? Deren Team ist später heftig gut. Hm. Nice. Es ist für die Wave jetzt ein klein wenig doof. Ich weiß nicht, ob ich die intern reinbekomme. War gut gemacht von der Elise, dass sie das noch tankt. Hätte sie's nicht gedankt, hätte ich nicht für den Play gehen können. Ich muss Map-Impacten. Ich würde gerne den Swain abfarmen, aber das geht gerade sich echt nicht gut aus. Deswegen werfe ich jetzt einen Tiamant rein. Dass ich einfach dadurch mich ein bisschen auf der Map halt rummoven kann, ne? Wow. Er ist actually für das Minion gestorben. Er ist gerade legit für ein Minion gestorben. Was für eine Scheiße. Ah, ich kann nicht wegmoven. Let me go mit. Ich bin besser in der Mitte, als sie das gerade. Leute, ich kann den Waves einfach One-Shotten wie TF. Ja, ich move mal mit runter. Ich bin besser in der Mitte. Was soll ich noch tun, Mann? Ich bin schon überall auf der Map. Ich hätte die Belvede wahrscheinlich direkt igniten sollen, nicht, Idiot? Ey, yo! Nah, bro, you can't make this up! Ey, yo! Wo seid ihr alle? Are you trolling me? Are you trolling me? Holy shit! Stop fucking trolling! Just fight with me! Bro. 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 Na, bro! Bro, kill doch den Cent! Geh doch nicht auf Swain! Na! Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Bro! Warum seid ihr alle so pisst? Was macht Rekorim? Hilft ihr doch! Na, 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 na. Insane! It's just insane! I can't believe it! We are in Gold, right? Bitte sagt mir, ich bin in Gold, Elo! Bitte sagt mir, ich bin in Gold! Guys, bitte verarsch mich nicht, okay? Holy fucking shit! Ey, ich glaub, ich kann den Cent nicht matchen. Der ist halt Level 14, ne? Tu mir fair, ich hab Exhaust, aber ich glaub nicht, dass er alleine hier sein wird. Nein, 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 nein. Ey, ist halt am Trollen. Geist, die Move alle hoch. Geist, bitte, die Move alle hoch. Die Move bitte alle hoch. Ich glaub das nicht. Wait, das ist huge. Das ist actually huge. Oh, zum Glück ist die Belle West dumm. Ich muss das holten. Ich versuche jetzt einfach, auf meine Passive rumzuspielen. Das können wir gleich turnen. Entweder kommen die alle her. Kite raus, kite doch raus. Bro. Ey. 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 Kalken wir halt nicht raus. Hä? Of course we turnen. Ne, das ist eigentlich Yolo. Whatever. Ich flipp das. Kleine Peach. Hallo. 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 Hör auf, dein Jugger zu farben. Oh, mein Gott. Ich glaube, wir wissen alle, wo es geht. So, wir gehen einfach zum Ende. Digga. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. You... Aaaah. Aaaah. Why are you all sabotaging the game? Play it. I can't. Ey. Go is five. We Yolo with my R. Fuck this, man. Es ist mir egal, wer gewinnt. Es ist mir ein scheiße egal, wer gewinnt. Das Game soll einfach zu Ende sein. Hol mich raus. Oh, mein fucking Gott. Nice. 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 What's the point of playing? Go play Fortnite, man. Ey. Es macht mich auch sauer, dass es mich so sauer macht. Warum sollte er auch schon vorher raushalten? I don't care, man. Ich gehe jetzt auch flippen. Ne, man. Ich will doch nicht flippen. Ach. Der Silas pükt mich weg. Das war süß. Kommt. It's over. Ist mir egal, wer gewinnt. Finally, it's over. It's over. Das ist illegal, Leute. Das ist illegal. Das Game ist so free einfach. Es ist so free gewesen. You didn't even try. Shut up. Holy shit, man. Es kommt nicht drauf an, ob er bad ist oder nicht. Er hat es nicht mal versucht. Ich bin Magdeim. Es ist selber fertig. Es ist praktisch.